Ja, erste Generation. So, sehr warm hier. Ich möchte versuchen, es ein bisschen runter zu kühlen. Deswegen mache ich so einen Wintertext. Also einen Text, den ich habe den letzten November geschrieben. Er handelt von einer Sache, die mir letzten Dezember passiert ist. Ja, also versucht irgendwie zu frieren. Eine Sache muss ich noch erklären. Ganz wichtig bitte, nicht mitdenken. Nicht mitdenken. Einfach nicht mitdenken. Ich mache was Spezielles. Das Gehirn gewöhnt sich ganz schnell daran. Das macht den ganzen Tag Sachen, da kriegt ihr gar nichts von mit. Entspannt euch, vertraut eurem Gehirn, ich tue es auch. Ach, so, ich muss auch dann jetzt anfangen, wenn der junge Herr hier fertig ist. Warte, bis ich nachher hier, jetzt ist doof. Okay, ich hebe an. Also ich bin treher, treher, saurig. Ich bin truper, saurig. Ich bin fix und... Ich habe mich verschwunden. Ich bin pferd und fixig. Ich stehe quasi am Gok. Ich mann nicht gär. Ich mann nicht gär. Ich mann nicht gär. Ich hauche Brille. Denn ich bin Frieda. Why? Kommt ihr mit? Also der Text heißt Frieda. Ich bin Frieda. Why? Jetzt schon? WhatsApp. Meine Freundin. Meine Freundin. Nein, nicht meine Freundin. Freine Moindin. Freine Moindin. Freine Moindin. Hat mit mir Muskelschlacht. War Jolie, ihr habt Hecht gerührt. Sie ladt mich verhassen. Sie hat Muskelschlacht. Und zwar fair. Fair Facebook. Ja, so macht man Hass. Deute. Dieb, ne? Merkt ihr, oder? So macht man Hass. Deute. Und das Schallerlimmste, das Schallerlimmste, das Schallerlimmste, der Altmann jedes Traumes, ja, was ist der Altmann jedes Traumes? Seriell, monogam, heteronormativ? Der Altmann jedes Traumes, Fregen einer Wau! Fregen einer Wau! Fregen einer Wau! Sie friebt jetzt eine Wau! Sie hat sich in eine Wau verfriebt. Ja, lustig. Sie hat mich wegen einer Wau verfrassen. Sie frät jetzt auf Stauen. Man kusstet einfach mal monstertieren. Man kusstet einfach mal monstertieren. Sie hat jetzt Frex mit einer Sau. Ihr wisst schon, das ist irgendwie zynisch an der Stelle zu klatschen. Aber gut, ja. Frex mit Sauen! Frex mit Sauen! Bindet sie jetzt Fässer! Ja, der Mann kann mich knacken. Da ist Gende Elende. Da ist Ohlenpoffen. Da ist Schacht im Schicht. Da kann man als Mann nur die Streichel sägen. Da kann man nur die Straffen wecken. Da kann man nur paketulieren! Reprise. Ich bin Frieda. Why? Wir traben uns gehännt. Es ist Zwausischen uns. Wir tüssen leider mitweilen. Unsere Träge wennen sich. Wir werden gegännte Träge wehen. Wir lagen uns voneinander soß. Ja, ist meine Lieblingsstelle. Kommt nie an. Keine Ahnung. Wir lagen uns voneinander soß. Gut, wir sind beide tumtröslich. Aber es padt einfach nicht gehasst. Wir haben uns quasi lauseinander geabt. Wir binden einfach keine gemeinsamen Phases. Wir weben in verliehenen Schelten und wir schweben in verliehenen Elten. Wir laben uns sehr gehiebt. Oh ja, wir laben uns sehr gehiebt. Wir laben uns sehr gehiebt und unsere Tiefe war sehr lieb. Und leer scheidensaftlich. Also nur, ich denke mir das nicht selber aus. Das kommt und dann muss ich das nehmen. Und vorlesen. Und leer scheidensaftlich. Leer scheidensaftlich. Aber es sagt nicht soll, nein. Das Grundament, also die Fundlage. Jeder lichtigen Griebe ist ja seifellos das Zwecksleben. Wenn es dem Kleck nicht bappt. Wenn es dem Kleck nicht bappt. Dann werden Sprühe oder Väter Warze schwolken am Zeughund aufziehen. Und die Lunge Giebe ist in Gefahr. Sprühe oder Väter. Sprühe oder Väter. Da pendet man sich anderen Wartnern zu. Um seine sexuellen Geäste zu befriedigen. Sprühe oder Väter. Und für Grauen gilt das Fleische. Sprühe oder Väter. Lallen die fetzten Hemmungen. Und zwar mit totalen Fensequenzen. Und die Siebe steht am Leideweg. Wird die Bestehung Krise diese überziehen? Schon ist der bekannte Reis in Raufkur. Man krunkelt von Miese. Man krunkelt von Miese. Man sagt sich ernsthaft morgen. Man sagt sich morgen. Man sagt sich morgen. Man zermaut sich das Reis. Man bestert, dass sich die Lalken biegen. Schnull sind der oder die Schädigen ausgemacht. Und man hält über sie fair. Wer Wein gerissen ist, der sterfe den ersten Wein. So weht es in der Stiebel. Nein, so weht es in der Hiebel. Ja, das geht jetzt noch ein Stück. Lasse Samström. Da ist Schacht im Schicht. Da kann man als Mann nur nicht Dreichel sägen. Da kann man nur die Straffen wecken. Da kann man nur paketulieren. Reprise. Ich bin Frieda. Why? Wir traben uns gehängt. Ich bin Frieda. Ich bin Frieda. Ich bin Frieda. Vielen Dank.